Ich lese immer wieder gerne die Briefe im Neuen Testament, die an die Gemeinden geschrieben wurden. Und besonders mag ich den Philippabrief. Er wird der Brief der Freude genannt. Und Freude steckt an. Ich brauche Briefe aus der Bibel, die meine Freude aktivieren. Und dieser Brief von Paulus war eigentlich geschrieben worden als ein Dankesbrief, denn die Gemeinde hatte ihn mit einer Gabe für seine persönlichen Bedürfnisse gesegnet. Und Paulus wollte sich dafür bedanken. Aber er blieb nicht bei diesem natürlichen Dankeschön stehen, sondern in dem ganzen Brief strahlt uns dieser Triumph, den er tief in seinem Herzen verankert hat, entgegen. Dieser Triumph zu überwinden mit der Freude in allen Umständen. Denn er schreibt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist mein Gewinn. Paulus war total fokussiert auf das Leben mit Christus. Aber er hat sich daran nicht hier irdisch festgeklemmt, sondern er hatte eine viel weitreichendere Schau. Und im Ganzen strahlt dieser Brief die Freude aus, die er in diesem Leben mit Christus empfindet und lebt und glaubt. Eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen. Eine Freude, die unabhängig ist von Menschen, von den Dingen um ihn herum. Und die Freude, die er trotz Sorgen uns als ein Rezept zum Überwinden in unserem Alltag mitgibt. Freude, die über allem steht. Und das ist eben die Herausforderung in unserem Alltag heute. Wir sind sehr fokussiert darauf, wie wir uns fühlen, was am Tag über so passiert ist, wie die Umstände so sind, wie die Dinge in unserem Alltag sich anfühlen. Und daran machen wir unsere persönliche Freude fest. Aber das ist das, was Paulus uns im Philippabrief sagen möchte. Sag Dank alle Zeit und freut euch in dem Herrn alle Zeit. Er gibt uns noch etwas Gutes mit auf den Weg, nämlich, dass er schreibt, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das war etwas, was Paulus in seinem ganzen Leben tief im Herzen empfunden hat und was er uns mit auf den Weg geben wollte. Wir müssen nicht diese Freude aus uns heraus produzieren, sondern es ist ein Werk des Glaubens an Jesus Christus, was unser ganzes Leben durchdrungen hat. Und ich wünsche dir, dass du das Wort des Lebens festhältst und dass du spürst und weißt und Gewissheit darüber hast. Gott hat mehr für dich.